360-Football hier, heute ein neues Video, Torhüter-Bewerbungsvideo von Lars Potero hat das Ganze gemacht, ich war hinter der Kamera und ja, ich nehme das Intro jetzt im Nachhinein auf, Leute, ist wirklich ein krasser Torhüter, auch ein richtig geiles Video, bleibt auf jeden Fall dran und viel Spass. Rufe. 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 Ja! Okay. Okay. Okay Yes No I 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